Grün aus, Start frei. Start ist frei, drittes Rennen der Preis von Montemarsan. Die Auftaktprüfung zur heutigen V4-Wette, unser erstes PMÖ-Rennen zugleich. Eins Messi-Hasler-Jürgen Lohg, die zwei Horizonte-Märjan-Bas, die drei Waldkeist-Michael-Nimtschick, die vier Walk-of-Hame-Diamant-Marcus-Bock, die fünf Nublier-Jarmais und Jochen Holzschuh, die sechs Magnum-Deletant-Bas-Krebers, die sieben Sierra S, Jos Fabic und Mitte Acht, Staccato-HL und Robin Bott. 50 Meter jetzt noch bis zur Startmarke und das Feld ist unterwegs zum Preis von Montemarsan. Da hat Waldkeist den schnellsten Antritt, geht hier zunächst an die Spitze des Feldes. Von außen kommt Nublier-Jarmais ebenfalls flott ab, hat hier die zweite Position. Messi-Hasler dann an der Innenseite, drittes Pferd, gefolgt von Horizont de May. Außen dann Magnum de Litton im Nachsetzen. Mitte des ersten Bogens aber die Führung bei Waldkeist. Waldkeist führt von Nublier-Jarmais, Messi-Hasler. Und da außen Magnum de Litton an der Seite von Horizont de May. Innen dann Walk-of-Hame-Diamant, Sierra S an der Außenseite. Und Staccato-HL hält sich noch im hinteren Teil des Feldes an letzter Position, genauer gesagt, auf in der zweiten Spur. 15.6 war die erste Zwischenzeit, jetzt kommen sie gerade herunter und da hat Waldkeist weiterhin das Kommando. Magnum de Litton außen hat sich jetzt bis an die zweite Stelle verbessern können. An der Innenkante Nublier-Jarmais, daneben dann Sierra S mit denen Messi-Hasler. Außen daneben jetzt Staccato-HL. Vorletztes Pferd ist Horizont de May und die rote Laterne trägt Walk-of-Fame-Diamant. In den Wetzterdehebogen geht es hinein und Waldkeist weiter in Form. Daneben ist Magnum de Litton weiter aufgerückt. Der niederländische Derby-Zweite aus dem Jahr 2022 jetzt an der Seite von Waldkeist. Dann das nächste Pärchen Nublier-Jarmais innen, Sierra S außen. Dann wieder eine Kappe mit innen Messi-Hasler und außen Staccato-HL. Und das letzte Duo besteht aus Horizont de May und Walk-of-Fame-Diamant. 18.4 nur die zweite Zwischenzeit. Im zweiten Teil der Gegenseite Waldkeist weiterhin mit außen Magnum de Litton nahezu gleich auf. Innen bleibt Nublier-Jarmais-Dichter bei der neben der Sierra S nach wie vor ein schönes Rennen an vierter Position. Wir sind jetzt im Schlussbogen, haben noch 500 Meter bis zum Ziel. 1.12.0 werden da angezeigt. Michael Nimczyk hat da mit Waldkeist mal mindestens einen Gang höher geschaltet. Und das spürt jetzt zunächst einmal Magnum de Litton, der hier die zweite Position außen neben dem führenden Waldkeist abgeben muss. Innen ist jetzt Nublier-Jarmais-Dichter. Magnum de Litton versucht noch einmal nachzusetzen. Außen dann jetzt auch Bemühungen von Staccato-HL. Vorne immer noch Waldkeist. Magnum de Litton kommt noch einmal näher. Waldkeist und Magnum de Litton, der jetzt noch einmal zurückkommt mit der zweiten Luft, mit dem zweiten Wind und auf den letzten Metern besser geht. Magnum de Litton, der Sieger. Waldkeist Zweiter, dann auf Rang 3 Nublier-Jarmais-Dichter. Staccato-HL und Messi-Hasela auf den Plätzen dahinter. 13.0 die letzten 500 Meter. Das vorläufige Ergebnis für das dritte Rennen. Sieger ist die 6, Magnum de Litton mit Bas Krebers. Zweiter wurde die 3, Waldkeist mit Michael Nemtchik. Und dritter die 5, Nublier-Jarmais mit Jochen Holschow im Sulki. 6-3-5. Vierter Platz dann für die 8, Staccato-HL. Und fünfter wurde die 1, Messi-Hasela. Vorlaufweg also. 6-3-5-8-1 fürs dritte Rennen. Viertes Rennen der Preisfonds Sombriel. Zweites Rennen der V4-Wette. Zweites BMÜ-Rennen auch. Alle 8 Pferde am Start. Änderungen keine. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.